Warum machte diese Idiotin die Tür nicht auf? Ich hammerte so lange weiter, bis mir die Hände wehtaten. Es schien also, als wäre sie schon weg. Ziemlich schlau. Also, die Frau, die hier wohnt, ist die Freundin meiner Mutter, Carol. Meine Mutter, die ein guter Mensch ist, hat ihr etwas Geld geliehen, um sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Das Problem war, dass Carol das Geld nicht zurückgezahlt hatte und nun meine Mutter ignorierte. Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Das Geld war für meinen College-Fonds bestimmt. Wutenbrand trat ich in die Luft, um meiner Wut Luft zu machen. Aber, ups, ich sah entsetzt zu, wie ein Kieselstein in Zeitlupe durch die Luft flog und dann gegen eine Autoscheibe prallte. Oh je, ich schluckte meine Angst herunter und ging näher an das Auto heran, um zu sehen, wie groß der Schaden war. Plötzlich öffnete sich die Autotür und zwei Schlägertypen stiegen aus. Ich versuchte ruhig zu bleiben, entschuldigte mich und bot ihnen etwas Geld als Entschädigung an. Unerwartet grinsten die Typen. Okay, Süße, wenn du es wieder gut machen willst, dann folge uns. Einfach so packte einer von ihnen mein Handgelenk und zog mich weg. Oh, sie würden einem wehrlosen Mädchen doch nicht etwas antun, oder? Was die beiden Typen zu ihrem Pech nicht wussten, war, dass sie es hier tatsächlich mit einer Taekwendo-Meisterin mit schwarzem Gürtel zu tun hatten. Ich wollte gerade einen Axtieb ausführen, als plötzlich ein Typ aus dem Nichts auftauchte. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Bevor ich auch nur Zeit hatte zu blinzeln, stürzte er sich wie ein Krieger auf die Kerle und... wurde am Ende grün und blau geschlagen. Ach, war das ein Ernst? Wer rettet jetzt wen? Ohne zu zögern, verpasste ich ihnen ein paar Tritte, die die beiden Schläger blass werden ließen. Sie rannten zurück zu ihrem Auto und als sie aus der Reichweite meiner Tritte waren, drehten sie ihre Köpfe und riefen sarkastisch, Dieses eine Mal haben wir dich verschont. Oh, und such dir das nächste Mal einen besseren Freund. Ha ha. Ich schaute nach unten und sah den erbärmlichen Kerl, der sich am Boden krümmte. Oh ja, ich hatte ihn fast vergessen. Er war ziemlich nutzlos in einem Kampf. Aber hey, wenigstens hatte er versucht, mir zu helfen. Also brachte ich ihn zu einer nahegelegenen Krankenstation, um die Wunde zu verbinden. Sein Name war Tyler. Er war dünn, aber, ja, ziemlich heldenhaft, würde ich sagen. Er schien immer noch Schmerzen zu haben, also brachte ich ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Aber er lehnte schnell ab. Okay. Vermutlich war er so erschrocken, weil ich so stark war. Also drehte ich mich um, um wegzugehen. Aber dann... Warte. Mit meinem Handy stimmt was nicht. Was ist denn jetzt noch? Äh, deine Nummer ist nicht drin. Wir lebten im Jahr 2022 und er benutzt immer noch diesen veralteten Anmachspruch? Naja, ich hab trotzdem gelacht und ihm meine Nummer ins Handy getippt. Danach schicken wir uns jeden Tag Nachrichten. Er schickte mir die süßesten Memes. Und das gab mir ein gutes Gefühl. Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass ich ein bisschen einschüchternd sein kann. Und dass ein süßer Typ wie Tyler sich für mich interessiert, ließ mein Herz ein bisschen schneller schlagen. Und es lässt sich nicht leugnen, dass er süß ist. Ein echter Softie. Außerdem studiert er Musik. Er ist ein echter Singer-Songwriter, der noch eine große Zukunft vor sich hat. Und so wurden wir ein Paar. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich merkte, dass etwas an diesem Kerl sehr seltsam war. Ich meine, 100% unserer Verabredungen fanden in Fastfood-Restaurants statt, und während ich eine Cola bestellte, bat Tyler das Personal um einen zusätzlichen Becher und Eis. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, als ich zum ersten Mal sah, wie er heimlich eine Flasche mit einer dunklen Flüssigkeit aus seiner Tasche zog. Oh, aber du darfst keine Getränke von außerhalb mitbringen. Keine Sorge, das ist schwarzer Kaffee. Der hat im Grunde die gleiche Farbe wie Cola. Das merkt keiner. Hm? Hatte ich ihn falsch verstanden? Es stellte sich heraus, dass ich es nicht hatte. Das passierte nämlich regelmäßig, wenn wir zum Essen ausgingen. Ach. Aber das war noch nicht alles. Bei einer seltenen Gelegenheit entschieden wir uns für einen Obstsalat mit Burrata-Käse. Ich verschluckte mich fast an meinem Essen, als Tyler einen Joghurtbecher herausnahm und das gesamte Obst auf dem Teller hineinkippte. Tada! Und jetzt haben wir Fruchtjoghurt. Aber den stelle ich für später weg. Das kann man doch hier nicht essen, oder? Dann eines Tages, als wir unseren dritten Jahrestag hatten, sagte Tyler, dass er mich in dieses tolle französische Restaurant ausführen würde. Wow! Ich war so aufgeregt, weil er endlich seine Regeln brach. Aber es stellte sich heraus, dass es nur ein weiteres typisches Tyler-Date werden würde. Die Dinge liefen von den ersten Minuten an schief, als er einparkte und anfing, sein Auto nach Kleingeld zu durchsuchen. Er zwang mich sogar, auf die Seite des Sitzes zu schauen. Ihr wollt wissen, warum? Weil die Parkuhr 2,90 Dollar anzeigte, er aber nicht 3 Dollar zahlen und 10 Cent verlieren wollte. Im Ernst? 10 Cent? Dann rannte er los, um 10 Cent zu suchen und ließ mich 20 Minuten lang allein und hungrig im Auto sitzen. Als er zurückkam, hatte er ein breites Grinsen im Gesicht und wedete mir mit dem Geldstück vor der Nase herum. Oh Mann, ich war so wütend. Ihr denkt wahrscheinlich, dass es nicht noch schlimmer werden kann, oder? Falsch. Er hat nicht nur eine Vorspeise als Hauptgericht bestellt, sondern auch noch gefragt, ob es einen Preisnachlass gibt, wenn er keinen Dressing auf seinen Salat bekommt. Nachdem er gegessen hatte, eilte er auf die Toilette und ließ mich mit seiner Brieftasche zurück, um zu bezahlen. Er kam gerade zurück, als ich dem Kellner 10 Dollar Trinkgeld geben wollte. Als Tyler das sah, sprang er über den Tisch, schnappte sich die 10 Dollar und tauschte sie gegen ein 5 Cent Stück ein. Ja, ich wiederhole, 5 Cent. Währenddessen sagte der überraschende Kellner sarkastisch, Sir, vielen Dank für mein Trinkgeld. Die anderen Kunden in der Nähe tuschelten schon über uns. Ich sank in meinen Sitz und wollte, dass er mich verschluckte. Mein Gott, das war so demütigend. Es war also kein Wunder, dass ich schlecht gelaunt war, als wir das Restaurant verließen. Ich war so verärgert, dass ich ihn nicht einmal ansehen konnte. Er versuchte, meinen Arm zu nehmen und fragte mich, was los sei. Ich wich vor ihm zurück und sagte, ernsthaft? Das musst du wirklich fragen? In diesem Moment hielt er ein Luxusauto neben uns an. Das Fenster wurde heruntergekurbelt und... Oh mein Gott, darin saß Viktoria T., diese beliebte Teenie-Sängerin. Bevor ich registrieren konnte, was vor sich ging, sagte Viktoria sarkastisch, Oh, schau mal, wer da ist. Ist das nicht mein armer Ex? Du kannst mich nicht abschleppen, also wendest du dich an dieses Mädchen, was? Aber dein neuer Plan scheint auch nicht so gut zu funktionieren, Schatz. Und das Auto raste davon. Ist er etwa nur hinter dem Geld von Frauen her? Ich meine, er hatte mich nicht wirklich um Geld gebeten, aber... Es lässt sich nicht leugnen, dass er geizig war? Kein Wunder, dass er mich noch nie mit zu sich nach Hause genommen hatte. Es gab eine Zeit, in der ich von einigen Familienangelegenheiten zu Hause so müde war, dass ich einfach zu ihm rübergehen wollte, um mich eine Weile auszuruhen. Aber er kam mit der Ausrede, sein Haus sei unordentlich. Jetzt wusste ich, dass er mich nur auf Distanz halten wollte, damit er mich später leichter abservieren konnte, ohne eine Bindung einzugehen. Ich war so wütend, dass ich ihm eine Szene machte, um seine Gemeinheiten vor aller Welt zu enthüllen. Tyler war das so peinlich, dass er sofort abhaute. Wie auch immer, gut, dass ich ihn los war. Und seither hatte ich nichts mehr von ihm gehört. Aber um ehrlich zu sein, fühlte ich mich ja auch ein bisschen leer, weil er nicht mehr da war. Ich vermisste die süßen Nachrichten, die er mir immer schickte und den rührseligen Ausdruck in seinem Gesicht, wenn er mir Liebeslieder vorgesungen hatte. Oh Mann, ich war wirklich dumm gewesen, nicht wahr? Dann an einem Wochenendnachmittag ging ich spazieren und sah zufällig Tyler aus einem Café kommen. Arbeitet er hier Teilzeit oder so? Also versteckte ich mich hinter einer Ecke und folgte ihm dann. Ich muss zugeben, ich war neugierig, wo er wohnt. Aber Moment mal, diese Straße kam mir so bekannt vor. Hm? Und sie führte zu Carols Haus, der Frau, die sich Geld von meiner Mutter geliehen hatte. Ich konnte immer noch nicht glauben, was ich sah, bis er den Schlüssel herauszog, um die Tür zu öffnen. Wie die Mutter, so der Sohn, was? Ihr mögt es also, Leute zu bescheißen, hm? Zahlt uns sofort unser Geld zurück! Äh, Stacy, halt die Klappe! Der Betrug ist vorbei! Zahlt uns unser Geld zurück! Äh, es tut mir leid, aber meine Familie ist... Meine Mutter ist jetzt im Krankenhaus. Also hörte ich ihm zu und es stellte sich heraus, dass Tyler und seine Mutter alleine waren, da sein Vater mit einer anderen Frau durchgebrannt war, als er noch ein kleines Kind war. Als er aufwuchs, waren die Zeiten hart gewesen. Also ließ ich seine Mutter Geld, um es in Aktienanlagen zu stecken, in der Absicht, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Leider führte dies nur zu riesigen Schulden. Der ganze Stress schadete ihrer Gesundheit und nun lag sie im Krankenhaus. Und Tyler blieb nichts anderes übrig, als sparsam zu leben, um all die Schulden und Krankenhauskosten zu bezahlen. Stacy, es tut mir so leid, dass ich das alles vor dir verheimlicht habe. Ich werde mein Bestes tun, um schuldenfrei zu werden und es wieder gut zu machen. Oh mein, mir rutschte das Herz in die Kniekehlen, als ich Tyler das Sagen hörte. Sofort war meine ganze Wut wie weggeblasen. Stattdessen zog ich ihn in eine feste Umarmung. Er war zwar ein Trottel, aber es war mein Trottel. Und ich wollte nicht riskieren, ihn wieder zu verlieren. Auf dem Heimweg dachte ich darüber nach, wie ich Tyler helfen könnte. Plötzlich wehte mir der Wind ein Plakat über den Fuß. Ein Fernsehgesangswettbewerb der Stadt, bei dem es sich bis zu 20.000 Dollar zu gewinnen gab. Das war die Lösung. Da musste Tyler mitmachen. Warum auch nicht? Das war definitiv ein Zeichen. Ich schickte Tyler sofort ein Bild des Plakats und sagte ihm, dass er unbedingt mitmachen muss. Er war auch wirklich begeistert von der Idee und fing an, jeden Tag fleißig zu üben. Er schrieb mir jedes Mal eine Nachricht, wenn er mit dem Üben fertig war. Manchmal sogar um zwei oder drei Uhr morgens. Dann kam der große Tag. Tyler sah so süß aus in dem Anzug, den ich für ihn besorgt hatte. Als er den Refrain stimmte, trafen sich unsere Blicke, was mich so sentimental machte. Doch plötzlich stand Viktoria auf der Bühne, riss ihm das Mikrofon aus der Hand und sagte, Ich entschuldige mich beim Publikum, aber ich muss diese Person entlarven. Er und seine Mutter haben Leute dazu gebracht, ihnen Tausende von Dollar zu geben und sie dann nie zurückgezahlt. Diese Art von Mann hat es nicht verdient, hier auf der Bühne zu stehen. Er wird den ganzen Wettbewerb beschmutzen. Ich weiß deine Gefühle für mich zu schätzen, aber ich habe bereits ein Mädchen, das ich beschützen möchte. Ich wünschte, du könntest jemanden finden, der gut für dich ist und besser als ich. Meine Damen und Herren, es ist wahr, dass meine Familie Schulden hat, aber wir laufen nicht und niemals davor weg. Egal wie hart unser Leben ist, ich bleibe meinem Gewissen und meiner Leidenschaft für die Musik treu. Ich bin mit einer angenehmen und unbekümmerten Einstellung hierher genommen, also ist es mir egal, was die Leute über mich sagen. Ich möchte mich einfach ganz der Musik und dem Publikum hingeben. Vielen Dank und jetzt werde ich mit dem Auftritt weitermachen. Und dann begann er das Lied zu singen, das er für mich geschrieben hatte. In diesem Moment war der Musiknerd nicht mehr da, sondern ein Mann mit einer unglaublichen inneren Kraft. Ich war so stolz auf Tyler. Ratet mal, was dann passierte. Tyler gewann den ersten Preis. Ich platzte beinahe vor Stolz. Dann kam er sofort zu mir nach Hause, um meiner Mutter das Geld zu geben. Äh, bitte nehmen Sie es. Danke, dass Sie meiner Mutter geholfen haben, als sie eine schwere Zeit hatte. Bitte verzeihen Sie ihr. Sie ist krank und könnte gerade vermutlich wirklich eine Freundin gebrauchen. Oh, aber die Sache ist die. Es stellte sich heraus, dass Tylors Mutter sich das Geld aus meinem College-Fonds nicht geliehen hatte. Die beiden Mütter haben sich gegenseitig überredet, in Aktien zu investieren. Als sie es verloren hatten, traute sich meine Mutter nicht, meinem Vater und mir zu sagen, was sie getan hatte. Also erfand sie die ganze Geschichte mit dem Geldverleih. Oh, Mama! Das war wirklich vollkommen inakzeptabel. Danach besuchten wir drei Tylors Mutter im Krankenhaus und gaben ihr das Preisgeld, um ihre Schulden zu begleichen. Sie brachen Tränen aus. Dann umarmten sich die beiden Mütter und entschuldigten sich dafür, dass sie so dumm gewesen waren, dass ihre Kinder die Konsequenzen hatten, tragen müssen. Verrückt, nicht wahr? Aber wisst ihr was? Dank dieses ganzen Dramas habe ich denjenigen gefunden, der auch der Schuldner meines Lebens ist. Dann umfélatet. Vielen Dank.